Hallo und herzlich willkommen hier bei Hebraica Veritas, biblisches Hebräisch Lernen für Anfänger, Folge 28. Die letzte Folge, in der wir uns den Stämmen, den Verb Stämmen widmen. Und zu guter Letzt kommt also heute noch der Hifil dran, den wir bisher noch nicht hatten. Inhaltlich lässt sich zum Hifil sagen, dass er wieder gegenüber dem Kall ausgezeichnet ist, also gegenüber dem Grundstamm. Und zwar auf kausative Weise. Also wir haben ja unser allseits bekanntes Katal, er hat getötet. Und im Hifil, Hektil, er hat töten lassen. Das heißt kausativ, etwas verursachen, anregen, veranlassen. Er hat töten lassen. Und das kann man in der Übersetzung dann eben auch oft gut wiedergeben mit dem Infinitiv plus lassen. Töten, töten lassen. Zu erkennen ist der Hifil glücklicherweise in den meisten Fällen auch recht einfach. Nämlich am He mit einem Patach unten drunter. In der AK ist es statt dem Patach ein I, also H oder Hi können wir uns also merken. In der PK ist das elidiert. Das heißt, das H fällt weg. Das H kommt aber auch in anderer Form noch als H vor. Aber dazu später mehr. Also in der PK ist es dann nur noch als Patach zu erkennen. Und geht dann eben die entsprechende Verbindung mit dem Präformativ ein. Das beste Erkennungszeichen ist aber das I, das ausgeschriebene I zwischen dem zweiten und dem dritten Radikal. Wie hier bei Hiktil, er hat töten lassen. Das Ganze wird verständlicher, wenn wir uns einmal die Formen anschauen. In der AK haben wir grundsätzlich die Lautfolge II mit dem HI hier vorne noch. Wie in Hifil. Das ist ja immer so. In der AK können wir uns die Lautfolge ganz einfach merken am Namen des jeweiligen Stammes. Niktal, Nifal und eben Hifil, Hiktil. Also wir haben dann Hiktil, Hiktila, Hiktalta, Hiktalt und Hiktalti. Und im Plural Hiktilu, Hiktaltem, Hiktalten und Hiktalnu. Also HI. Und dann sehen wir... Ja gut, ich habe jetzt gerade gesagt, in den meisten Fällen haben wir ein I zwischen dem zweiten und dem dritten Konsonanten. Die meisten Fällen, das sind jetzt hierzu gegebenermaßen nur drei, nämlich Hiktil, Hiktila und Hiktilu. In den anderen Fällen kommt es da eben zu Vokalveränderungen, Lautverschiebungen. Das I ist dann auch in dem Sinne nicht mehr sichtbar. Aber vorne durchs HI ist es, denke ich, immer noch ganz gut als Hifil zu erkennen. Im Imperfekt, da haben wir jetzt... Ich habe ja vorhin gesagt, ursprünglich ist das immer ein H, ein H plus Patach. Das Patach haben wir hier durchgehend H erhalten im Imperfekt. Bloß statt dem H haben wir dann das Präformativ. Das hat sich sozusagen davor geschoben. Und die Lautfolge, die sich daraus ergibt, hier ist dann aber wirklich oft das I zu erkennen zwischen dem zweiten und dem dritten Konsonanten, ergibt dann eben AI, also Yaktil. Yaktil, Taktil, Taktil, Taktili, Aktil und im Plural Yaktilu, Taktelna, Taktilu, Taktelna und Naktil. Also, bis auf die zweite und dritte Femininum Plural haben wir im Imperfekt dann tatsächlich überall das I zwischen dem zweiten und dritten Konsonanten. Wenn wir die Folge mit den weiteren Verbalformen noch ein bisschen vor Augen haben, da haben wir schon mal über den Yusif, beziehungsweise PK-Kurzform, PK-Langform geredet und auch, dass der Yusif da eine besondere Stellung diesbezüglich einnimmt. Das können wir hier nochmal kurz wiederholen. In den meisten Stämmen ist es so, dass Indikativ, also Aussageform, und Yusif, also die Wunschform, formal identisch sind. Die können wir nicht unterscheiden. Im Yusif aber schon. Hier wird dann wichtig, dass der Indikativ definiert ist als die PK-Langform, der Yusif hingegen als PK-Kurzform definiert ist. Was heißt das, PK-Langform, PK-Kurzform? Das können wir jetzt schön an diesem I erkennen, das ich gerade ja schon mal erwähnt habe. Die Langform haben wir zum Beispiel von Schalach werfen, ja schlich, das ist die PK-Langform, der Indikativ. Er wird werfen. Das ist, denke ich, einsichtig, warum das eine Langform ist, weil eben durch das I hier in der Mitte das Ganze nochmal gelenkt wird. Die PK-Kurzform sieht ein bisschen anders aus. Ja schlich, hat ja ein E statt einem I und eben dementsprechend auch kein sichtbares I. Das ist also die PK-Kurzform. Und hier können wir dann also glücklicherweise im Hif-I auch sicher erkennen, und ansonsten müssen wir das ja eigentlich immer durch den Kontext erraten oder erkennen. Aber im Hif-I können wir es auch an der Form sehen, denn die Langform, PK-Langform, also PK ist ja gut zu erkennen immer am Präformativ, die Langform ist der Indikativ und die Kurzform ist der Yusif. Ja schlich versus ja schlich. Er wird werfen oder er soll werfen. Am Anfang der Folge hatte ich mich ein bisschen um Kopf und Kragen geredet, wegen diesem H, dem H mit dem Patach unten, was ich dann als Erkennungszeichen des Hif-I definiert habe, was in den Formen aber bisher eigentlich nicht so rein aufgetaucht ist. In Reihenform taucht das jetzt dafür dann aber in den Imperativen und Infinitiven auf, also zum Beispiel bei Hack-Tel, das ist der Imperativ, wieder als PK-Kurzform, jetzt ohne P, also Taktel streichen wir das P weg, hätten wir K-Tel, Aktel, dann kommt wieder das H davor, denn das H gehört zum Hif-I dazu, Hack-Tel ergibt das dann. Und im Infinitiv, Hack-Tel, da haben wir das I eigentlich auch wieder drin, schön zu erkennen. Also diese beiden Formen haben einfach hier vorne das H noch über dem A. Und das Partizip ist mit Mem leicht zu erkennen, denn die Regel kennen wir ja nun auch schon zu Genüge. In allen Formen, in allen Stämmen außer Kal und Nif-Al wird das Partizip mit einem Mem gebildet, Mag-Tel. Ja, das war's zum Hif-I und damit auch zu den Stämmen. Und dann können wir uns in der nächsten Abteilung einmal mit den starken und schwachen Verben beschäftigen. Bis dahin, viel Lernerfolg, euer Tobias.